Einen wundervollen Montagabend hier in die Runde, kurz nach 9, 21.07 Uhr, um genau zu sein, der 13. Mai. Ja, da steigen schon die Ballons für alle, die es hier auf YouTube sich anschauen. Ja, herzlich willkommen. Neue Edition, neue Woche, neues Klick. Was haben wir mitgebracht? Aber erstmal hier oben ist es wieder bullisch warm. Ich finde es okay. 20 Grad, sagt der Taro. Es war ein hervorragender Tag, ein hervorragender Abend und deswegen gehen wir hier schön in eine neue Episode rein. Jenny, soll ich so machen wie du, die Jenny kann jetzt hier mal mit den Themen anfangen, aber ich denke, sie hat einen guten Vorschlag gebracht und wie sich das Ganze entwickelt, was wir daraus machen, werden wir dann sehen. Hier ist alles ohne Skript, ohne roten Faden. Einfach mal frei aus der Schnauze heraus, locker aus der Hüfte und ja, let's go. So, was hast du überlegt? Was haben wir uns überlegt? Ich würde mal sagen, erstmal ein gutes Tässchen Tee. Ich nehme hier ein schönes Wasserstößchen. Aus meiner neuen Teetasse. Ja, die fancy per Mut glänzend ist. Natürlich Aloe Blossomtee. Das hält mein Ingo. Rösterchen. Lass dir schmecken. Ja. Guck mal, ich habe hier einen Fleck auf dem T-Shirt. Egal, weiter. Social Media. Meinen Sie dieses, was hier im Internet passiert zwischen den Menschen, zwischen diesen verschiedenen Akteuren? Ja, ich glaube... Aber du sagst Social Media. Wie weit holen wir aus? Was willst du denn damit anfangen? Ich glaube, dass viele Menschen Social Media einfach falsch verstehen. Jetzt ist natürlich Social Media verbreit gefächert. Wir haben verschiedene Plattformen. Man ist vielleicht auch nicht auf allen Plattformen unterwegs. Ich sage mal so, wir kennen uns... Also ich würde sagen, ich kenne mich sehr, sehr gut mit Instagram aus, weil ich das schon über sieben Jahre mache. Facebook läuft bei mir mit nebenher. Ist eher so der Rentnerclub, würde ich sagen. Facebook. Das einzigste, wofür Facebook tatsächlich gut ist, ist für Gruppen. Und für Werbung. Ja. Ja, weiß ich nicht. Wir sind doch die meisten Nutzer, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was die Aktivität ist. Gut, TikTok ist, glaube ich, für die Youngster. Da sind wir jetzt ganz neu. Da sind wir noch am Experimentieren. Aber würde ich auch nicht sagen. Also ich habe da jetzt keine Youngster. Aber es ist nochmal wieder was ganz anderes. Also ja, dann gibt es noch Twitch. Da kann ich nichts zu sagen. YouTube. Aber ich würde sagen, alle Plattformen sind komplett unterschiedlich zu betrachten. Alleine schon, wie man Reichweite auf den Plattformen generiert. Was bei den Plattformen angesagt ist, ist komplett anders. Aber ihr merkt schon, wir reden von dem Thema Reichweite. Wir reden von dem Thema, dass man mit Social Media Geld verdient und eben nicht zum Zeitvertreib auf Social Media ist. Das ist ein guter Punkt. Zwei Punkte, wie man Social Media betreiben kann. Und grundsätzlich würde ich sagen, zumindestens von TikTok, YouTube, Instagram, die Leute sind auf diesen Plattformen, um Geld zu verdienen. Und das muss halt jeder einfach mal verstehen. Das ist jetzt total egal, mit welchem Content jemand Geld verdienen möchte. Ob jetzt jemand, sage ich mal, sein Business dort bewirbt. Also sei es jetzt, ob ich da eine Kosmetika-Seite habe und bewirbe mein Kosmetikstudio. Ob ich jetzt dort Yoga-Kurse online anbiete. Ob ich Schmink-Tutorials anbiete. Ob ich in einem Network arbeite. Ob ich, was weiß der Geier, Krypto mache. Ob ich, ähm... Moment. Ja. Moment. Würdest du, Krypto ist eh so ein Ding, da wollen sie wahrscheinlich einen Riegel vorschieben. Achso, okay. Weil, ähm, du brauchst keinen Nachweis, dass du dich mit Finanzen auskennst. Das kann jeder machen. Ich glaube, irgendwie haben wir eine Zahl rausgebracht, über 75 Prozent derjenigen, welche, die sich hier mit Finanztipps ausgeben und, was weiß ich nicht, ihr Social Media vertreiben, ähm, gar keine Finanzausbildung in dem Sinne haben. Aber, was ich dich fragen will. Ja. Du sagst, ich bin, keine Ahnung, Beauty-Sektor, was weiß ich nicht, die können Werbung machen. Wie stehst du denn zu Glücksspiel, zu Casino, zu dem ganzen Bullshit? Boah, da kenne ich mich auch nicht aus. Ja, das ist auch so ein Riesenthema, ne, was auch stark beworben wird, was mega gefährlich sein kann. Aber ich wollte gerade meinen Satz noch beenden. Ja. Also, auch das Thema, ähm, Coaching, gibt ja viele Coaches da, es gibt sogar Leute, die Tarotkarten dort anbieten, ne, auf diverse Art und Weise, wie man die da legt, also, oder schlichtweg Influencer, die natürlich dort ihr Geld verdienen, indem sie für andere Firmen, sag ich mal, Werbung machen, ne, oder auch ihre eigene Firma gründen ja die meisten, ist total egal. Aber man muss einfach verstehen, die Leute, die auf Instagram, also, die generell auf Social Media unterwegs sind, die sind dort nicht, weil sie ihre Zeit vertreiben wollen, die sind dort, weil sie sich damit ihr Geschäft weiter ausbauen möchten, Werbung kostenlos machen müssen, schlichtweg, sie wollen Geld verdienen. Und das hat nichts damit zu tun, dass jemand keine Zeit hat und irgendwelche Leute belustigen möchte. Weil ich glaube, jeder hat andere Dinge zu tun, wie Leute belustigen und zu behelligen und viele denken so, ach, guck mal, die zeigen ihr ganzes Leben auf Social Media, ich gebe euch Briefum-Siegel, von jedem Influencer, ihr wisst noch nicht mal ein Prozent, weil jeder einfach nur das zeigt, was er möchte. Aber man muss was zeigen, das ist Fakt, um einfach Reichweite zu generieren. Und letzten Endes, ja, wie gesagt, es ist schlichtweg eine Plattform, wo man sich gegenseitig unterstützt, um einfach sein Geschäft nach vorne bringen zu können. Egal, in welcher Form oder wie dieses Geschäft aussieht. Also unterm Strich ist es einfach nur ein Vertriebsweg. Es ist ein Marketing-Tool, aus dem wir viel besagten und viel gelernten und viel wieder rezitierten Marketing-Mix, den man heutzutage als fesches Unternehmen nutzt. So ist es. Nicht nur damals die Print- und TV-Medien oder geht ins Ohr, bleibt im Kopf, aka Radio. Nein, es ist einfach nur ein weiterer Vertriebsweg, ein weiteres Marketing-Tool. Und es ist ja de facto so, Thema Doom-Scrolling, das ist ja dieser Begriff, wie von Sinnen einfach nur zum nächsten Video zu swipen. Nach drei Sekunden, vier Sekunden keine Satisfaction im Hirn. Du verblödest vor dem... Also wir haben uns ja auch jetzt TikTok vor einem Monat angelacht und haben da einen Account gestartet. Also vielmehr die Jenny, die ist da sehr aktiv. Natürlich bin ich da auch und gucke da drüber und was weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, also den nimmst du halt einfach mit. Den Account nimmst du mit, es ist in Ordnung. Aber ich finde, du wirst blöd auf dieser Plattform. Weil es ist einfach so fast gepaced alles, dass du kommst ja gar nicht wirklich ins Denken. Du wirst kurz befriedigt, wenn man das so sagen kann. Aber sofort willst du den nächsten Kick, das nächste Video, den nächsten Bullshit. Ganz ehrlich, wie kommt der Algorithmus darauf, die Tarot-Kartenleger zuzusetzen? Ja, aber das ist krass, Leute. Ihr müsst echt mal da hingehen. Also da gehen Leute live und bieten wirklich diverse Sachen. Also ich habe so viele Tarot-Kartenleger da gesehen, die da wirklich in Live-Sessions Karten ziehen. Und bei denen kannst du dann deine Privatsession quasi buchen. Aber nicht nur das. Dann habe ich Leute gesehen, die machen da... Also das ist super krass. Die haben so Regale hinter sich stehen. Das sind dann... Ware ist da drauf. Also eigentlich viele Süßigkeiten. So Gummibärer, so Dosen einfach, wo die... Ich sage mal so wie früher im Tante-Emma-Laden. Bist du rein, hast die Dosen, hast gesagt, ich will drei Schnüre, fünf Gummibärchen und dies und das. Und die haben einfach so Regale hinter sich stehen. Und dann können die Leute in dem Live, beziehungsweise auf deren Webseite bestellen. Die sehen das aber in dem Live. Und wenn das passiert, dann schlagen die einen Gong und dann kriegen die Leute noch was geschenkt. Und dann packen die live vor Ort diese Gummibärchen-Tüten. Oder da gibt es welche, die haben dann, was weiß ich, Asia-Nudeln, diese Bulldack-Nudeln und diese ganzen Getränke, ne? Die es da gibt. Und dann packen die die Kisten da mit. Dann habe ich welche gesehen, oh, die verkaufen ihre Klamotten da. Also die haben dann Kopftücher und weiß der Kuckuck was. Aber ihr seht, das ist Vertriebsweg. Das ist Vertrieb. Das ist nichts anderes. Aber auch die Livestreaming-Plattform. Du kannst ja auf YouTube livestreamen. Ja, aber das Coole ist, die Leute schreiben halt auch da Kommentare rein, ne? Also während dem Live. Also das heißt, wirklich ohne Scheiß, wenn man es mal so nimmt, das ist der klassische Tante-Emma-Laden von früher. Weil da wird währenddessen Smalltalk betrieben. Also das heißt, du kaufst dein Zeug und dann quatschen die halt einfach so. Was weiß ich, was hast du am Freitag gemacht? Ja, da hat sich das Dorfleben... Ich war da und da. Das Dorfleben hat sich quasi auch online verschoben, der Online-Markt. Ja, also super krass. Leute gibt es, die kochen dann live dort, ne? Ja, aber wie geht man mit der Information um? Geht man, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt, wenn man hier jetzt zuhört, sich das anhört, das zusieht, anschaut viel mehr auf YouTube oder auf Spotify, unseren Podcast. Was machst du mit der Information? Ja, gehst du... Klar, nicht jeder will Geld machen. Nicht jeder will das... Manche wollen einfach nur konsumieren. Ja, natürlich gibt es auch die Konsumenten. Natürlich ist es aber auch wieder fragwürdig. Es ist immer so, dass auch auf Twitch oder auf Kik, auf diesen ganzen Plattformen, wo du streamen kannst, live streamen kannst, wie moralisch ist es vertretbar, dass du... Klar, auf Twitch kannst du über deinen Amazon Prime Account kannst du das Prime Gaming beziehungsweise Twitch Prime weitergeben. Das ist ein 5er, 250 bekommt dann der Streamer oder je nachdem, was für ein Profitshare da ist. Ja, bei TikTok geht das auch übers Live. Können die auch Geld geben. Wie moralisch vertretbar ist es, jugendliche Heranwachsende, junge Erwachsene, wie auch immer, auf den Donate-Button drücken zu lassen oder sich Bits kaufen zu lassen über Paysafe-Karten, die du an der Tankstelle bekommst, um dich zu supporten. Das ist halt so das Ding. Und das ist halt eben, auf Twitch ist es das eine. Aber auf TikTok, was ich da so gesehen habe, das ist ja der reinste Bullshit. Die hucken da, die meisten können kaum noch im richtigen Brocken Deutsch, das sollte das ja so ausdrücken muss, die beleidigen sich da in die Kamera rein, sich gegenseitig, dann machen sie irgendwelche Battles. Wer mehr Rosen bekommt, dann lassen sie sich so, die Gangster lassen sich dann Hüter anziehen oder Masken, kannst dir alle dort digital reinspielen. Da denke ich mir, das machst du für Geld. Ja, aber ich denke jetzt gerade dran, überlege, also zumindest, ich weiß nicht, ob zu deiner Zeit, ich meine, so viele Jahre Unterschiede haben wir nicht, drei Jahre. Das machst du halt so, wenn wir hier eine Dekade haben. Ja, ich weiß aber nicht, ob du dich noch an diese Tele5-Show erinnern kannst, Hugo. Natürlich, ja, anrufen, ja. Und dann hat dir der Anruf schon 2,50 Mark gekostet oder so. Ah jo, das war nicht steil. Also irgendwie, ich glaube, wenn du nicht durchgekommen bist, hat er dich pro Anruf 99 Pfennig gekostet. Und ich glaube, wenn man durchgekommen ist, was weiß ich, 2,50 Mark, dann konntest du da spielen und konntest was gewinnen. Also wie moralisch war'n das? Ich wollte immer mitspielen als kleines Kind. Ja, ich auch, aber wie moralisch war'n das? Ja, natürlich. Ja, oder wenn man überlegt, damals, ich hatte ja so ein Tell-Me, haben wir ja schon mehrmals auch erwähnt, dieses, wie nennt man sowas, Messenger. Und da hast du auch 2,50 Mark bezahlt, wenn du eine Message hinterlassen wolltest. Das ist eigentlich auch eine reinste Abzocke. Ich weiß auch, meiner war von Quick, oder? Hieß es Quick damals, ich weiß gar nicht mehr. Ja, also. Ja, also es ist halt das Ding, natürlich kann jeder über sein Geld frei entscheiden. Oder genauso kann ich auch sagen, wie bewerflich ist es, dass man solche Aufladkarten an der Tankstelle kaufen kann oder muss, beziehungsweise. Also du kaufst erstens mal eine Spielkonsole, die ja, wenn man mal ehrlich ist, mega überteuert ist. Kommt drauf an. Ja gut, aber unter 300 Euro braucht man nicht reden. Ich weiß gar nicht, ob es eine für 300 Euro gibt. Ja, egal von welchem Anbieter. Ach so, dann kaufst du ein Spiel, wenn es ein gutes Spiel ist, ist es in der Regel auch schon bei 59, 95. Und dann kannst du dir noch Karten kaufen, um aufzuladen, um dann dein Mario oder was weiß ich, deine Figur besonders fancy anzuziehen. Also wie moralisch ist denn das? Ja, und das ist halt die riesengroße Diskussion über, auch bei FIFA, ja, die wollen die Walkouts, die wollen Karten ziehen, die wollen besondere Spieler ziehen. Und das habe ich ja auch zu meinem Bruder gesagt, jetzt am Wochenende oder letzte Woche irgendwann, das Panini-Sammelheft zur EM. Hast du früher am Kiosk gekauft oder irgendwo im Supermarkt, hast du dann die Panini-Sticker geholt. Mittlerweile haben die auch für, kannst du das auf Amazon nachschauen, für teures Geld kannst du dir diese Packs kaufen, wo auch nochmal eine Spezialkarte drin ist. Du hast die Möglichkeit, eine original unterschriebene Karte von Ronaldo zu gewinnen oder zu ziehen. Ja, allein durch diesen, durch diese Möglichkeit, das gewinnen zu können, puttern die richtig viel Geld rein. Und das ist ja auch ein bekannter Streamer gewesen auf YouTube, beziehungsweise auf Twitch, der über 60.000 Euro in FIFA-Punkten reingemacht hat. Also da wollte FIFA-Karten ziehen. Und das Spiel war in der nächsten Saison schon nichts mehr wert, weil es wird jedes Jahr aufs Neue aufgelegt. Also hat er 60.000 Euro quasi so, also mit Anführungsstrichen natürlich, hat er viel durch Donations, viel durch Abo-Abschlüsse, und auch durch Werbepartner viel mehr gemacht. Aber im ersten Zug sagst du, okay, er hat 60.000 Euro ausgegeben. Und das machen bei vielen Kids damit nach. Sei es auch auf Fortnite oder wie auch immer, die sich da Skins kaufen wollen von ihren Creatern und, und, und. Aber ich glaube, das schweifen wir gerade eben ab. Oder ich vielmehr. Ich schweife ja immer ganz gerne mal ab. Aber wir waren beim Thema, nutze Social Media, ja, um was draus zu machen und nicht einfach nur zu konsumieren. Ja gut, das Ding ist, das Lustige ist ja, also ich sage mal so, wir haben einmal die Menschen, die arbeiten mit Social Media und ich würde wirklich sagen, ich meine, wir haben ja selber mal Marketing studiert. Damals war Social Media noch nicht so stark, aber wir beschäftigen uns stark auch mit den Analystics, von den Plattformen. Also wirklich, okay, wie viele Aufrufe, wie viele Likes, wie viele Kommentare. Ich meine, selbst wenn ihr nicht supportet, und wir sehen ja trotzdem, wie lange wurden Videos geguckt, wie oft. Das sieht man sehr gut auf YouTube, ja. Ja, aber auch bei TikTok oder auch bei Instagram, man hat super gute Auswertungen. Also keine Frage, also richtig professionell auch. Und ich meine, Fakt ist einfach, dass ich sagen würde, dass heutzutage über 50 Prozent der Werbung einfach die sozialen Medien und das Internet ausmachen. Also man sieht es alleine schon, dass jede große Firma, egal welche Branche, jeder hat ja wirklich mittlerweile ein Instagram-Profil, ein Facebook-Profil, aber nicht nur das, fast jede, also ich würde sagen, jede Firma hat schon einen Social-Media-Abteilung und Content-Manager, die wirklich Reels erstellen, die Videos erstellen, Bilder, Posts erstellen und diesen kompletten Social-Media-Kanal verwalten. Und Fakt ist, es funktioniert ja auch, weil wir haben auf der einen Seite die Anbieter, oder ich sage mal die, die halt dort Werbung schalten, Geld verdienen wollen, und auf der einen Seite haben wir ja die Konsumenten. Also ich meine, ich glaube, man muss trotzdem sagen, dass wahrscheinlich die Social-Media-Konsumenten doch trotzdem größer sind wie die Anbieter, würde ich jetzt sagen, also die, die Geld dort verdienen wollen. Aber letzten Endes ist es ja so, ich kenne viele, die posten so gut wie nie was, aber wenn es ein Gewinnspiel gibt, dann sind sie absolut dabei. Also das finde ich auch immer so ein Phänomen. Und da sieht man ja, die Werbung funktioniert, weil die Leute machen die Gewinnspiele mit. Und ganz ehrlich, mich würde es echt mal interessieren, hat da schon mal jemand gewonnen? Ich weiß es nicht. Also ich habe noch nie, ich habe auch nicht wirklich oft mitgemacht. Wie gesagt, ich bin ja eher da. Ich habe noch in keinem mitgemacht, aber man sieht ja diese Accounts und was weiß ich, und auch Accounts, die dich etten wollen. Mach mal da mit und dann teilst du das. Irgendwas war neu, ist viral gegangen, der Montana Black hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt Hand und Fuß hatte, 24 Stunden, sollte man die Story drin haben oder hat er, und dann kann man 2.000 Euro gewinnen. Keine Ahnung. Am Ende gewinnt es einen Freund, ja, und das kannst du gar nicht nachvollziehen, weil das dann der Account, Account XYZ war und das Geld bleibt dann bei dir, aber du hast ein bisschen Werbung für dich gemacht, beziehungsweise deine Reichweite gesteigert. Das sind ja auch diese ganzen Gewinnspiele von diesen Influencern, die ja schon lange hops genommen wurden, wo du dann Berge von PlayStation 5 Konsolen siehst, da siehst du einen Dyson Airwrap, da siehst du noch einen Staubsauger von Dyson und keine Ahnung, wie die ganzen Firmen heißen und was die Leute sich so wünschen, wo man halt eben sieht, dass sich auch kleine Accounts reinkaufen für teuer Geld, für 2.000, 3.000 Euro, ja, dann musst du den Leuten, die sagen immer, folge diesen drei Accounts, markiere fünf Freunde oder was weiß ich, je nachdem, poste das in deiner Story, wie auch immer. Genauso funktioniert es, es ist eine riesengroße Bande dahinter, auch Netzwerke, die dahinter stecken, die sich da richtig gegenseitig die Kohle reinschöffeln, dafür, haben die mehr Reichweite, aber im Endeffekt sind so viele schon hops gegangen. Ja, ich sage mal so, die meisten Influencer haben ja auch wirklich einen Manager, ne? Ja, natürlich, weil zu einem ist es bequem, ja, es läuft vieles, auch rechtliche Angelegenheiten, Anfragen, Kooperationsanfragen laufen, das Management, ich weiß halt nicht, ja, was ich halt neulich gesehen, oder wir auch zusammen gesehen haben, wir konsumieren eigentlich gar kein, gar kein richtiges TV mehr, sondern viel mehr, ja, Video on Demand auf YouTube und sowas, dann machen die auf einmal alle Werbung für einen Staubsauger. Ja, massiv viele. Oder innerhalb eines Jahres, wir werden drei verschiedene Staubsaugerfirmen oder Modelle beworben, da denke ich mir, wo bleibt hier die Authentizität? Klar, du willst deinen Schnapp machen, ich mache da auch gar kein Auge oder sowas, verdiene dein Geld, wie du willst, aber bei einem Video sagst, es ist ein Weltklasse-Produkt, dann sagst du beim anderen, das ist noch viel besser, was soll ich dir jetzt glauben, Bratte, weißt du, wie ich meine? Ja, also ich muss sagen, es gibt aber auch ein paar Influencer, wo ich einfach sage, ich finde die authentisch, also sei es jetzt Kikis Kitchen, ja, hatten wir ja schon mal das Thema, oder sei es aber auch Hatice Schmidt zum Beispiel, ich finde es, die Influencer, die machen nicht für alles Werbung, oder Sally auch, also Sally genauso, also das sind wirklich Leute, die nicht jeden Furz in die Kamera halten, ne? Genau, weil die haben wahrscheinlich auch noch so, so einen moralischen Kompass, das wollen sie vertreten, das können sie vertreten, das machen sie, ähm, ja, aber viele wollen halt eben einfach auch schnell das Geld machen, wollen dann ihre eigene Brand, ja, es muss immer die eigene Brand sein, obwohl sie dann alle gleich aussehen, ja, diese Brands mit ihren Fashion, mit ihrem Jewelry, und was weiß ich, ist ja alles schön recht. Ich finde ja, die Fashion und die Jewelry geht ja noch, aber wenn die mit Beauty-Produkten anfangen, da graut es mir immer davor. und das ist es ja, das ist eine fucking White Label, nennt man das. Ja, oder generell mit Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, also alles, was man so auf den Körper schmiert, Innenkörper zu sich nimmt, finde ich immer sehr grenzwertig, weil es ist einfach Fakt, kein Startup kann, so eine krasse Qualitätsprüfung haben, ne, Boah, schon Entwicklung, bitte, das ist eine Million. also das geht gar nicht, ne, und so hochwertige Inhaltsstoffe bekommen, wie, sage ich mal, ein Riesenkonzern, es ist einfach so. Wenn du schon einen Global Player hast, ja. Ja, also ich meine, ist es genau dasselbe, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man in die großen Supermärkte geht, ja, wir kennen uns da jetzt insidermäßig aus, viele werden sagen, na, es gab ja auch einige Skandale, ne, bei Fleischtheken und Wursttheken, aber aus hundertprozentig eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Qualitätskontrollen, es gibt Kontrollen, die jährlich deutschlandweit durchgeführt werden müssen und wenn man da auffällig ist, dann hat man alle vier Wochen Kontrollen und dann kann man sich wirklich nichts erlauben. Also ich persönlich, muss ich ehrlich so sagen, würde mein Fleisch eher im Supermarkt an der Theke kaufen, wie irgendwo bei so einem kleinen, ja okay, wenn es der Bauer des Vertrauens ist, den man aus dem Ort kennt, ist was anderes, ne. Weil es man noch einen hat. Aber es gibt ja, sage ich mal, viele, wie soll ich das jetzt nennen, kleine Tante-Emma-Läden, die dann auch eine Fleischtheke haben oder so, ne. Boah, da wäre ich super, super vorsichtig oder auch so diese ganzen Antipasti-Dinge, die da angeboten werden in offenen Theken. ich weiß nicht, dafür kommen wir einfach aus der Lebensmittelbranche und das ist halt genauso was. Ich weiß einfach genauso, wie wenn ich eine Eigenmarke von den großen Lebensmittelplayern kaufe, dann weiß ich einfach, dass erstens die sowieso über das Band von einer großen Firma laufen, ne. Also ist einfach so, dass mehrere Firmen, da könnt ihr ja auch googeln, das ist auch kein Geheimnis, da kann man gucken, wer zu wem dazugehört. Und es gibt auch im Internet Listen, wo ihr genau seht, was weiß ich, der Frischkäse vom, was weiß ich, dem großen roten K, ja, der wird produziert von, keine Ahnung, welcher Firma zum Beispiel, ne. Also ist einfach so, aber die Qualitätskontrollen von den Eigenmarken sind einfach nochmal krasser, weil die sich einfach nichts leisten können. Also keinen Fehltritt leisten können. Deswegen würde ich immer empfehlen, also ich persönlich entscheide mich dann eher dafür und deswegen finde ich es super grenzwertig, wenn Leute selbst Beautyprodukte und weißer Geier was anbieten. Mag alles sein, dass die meistens machen, die ja dann Werbung für die Oliven sind aus, was weiß ich, Kappadokien oder weißer Kuckuck aus Italien, da und da und da wird das Öl gepresst und hin und her, ne. Alles schön und gut, aber ich sehe es kritisch. Ich habe da auch noch einen kurzen gedanklichen Erguss dazu. Nicht nur, dass oftmals viele das gleich bewerben, das gleiche Produkt oder die gleiche Produktsparte, vor allem, die plappern auch alles nach. Eines meiner Lieblingsprodukte, was ich letztes Jahr lieben und schätzen gelernt habe, was Nachplappern angeht, ist Asphaganda. Ja, stimmt. Asphaganda ist ja die Lösung für all deine Probleme. Schlafprobleme, Regeneration, was weiß ich, ne. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür. Dann sehe ich neulich ein Video, Asphaganda, das musst du über Zeitraum XYZ nehmen, damit du da überhaupt was davon spürst. Aber mit diesem Produkt hast du einen sofortigen Effekt. Da denke ich mir, viele können sich noch nicht mal damit auseinandersetzen, was bewerben die gerade. Klar, wie sicher ist ein Wikipedia-Artikel, aber es gibt ja viel Literatur da draußen, wissenschaftliche Literatur, die man nachschlagen kann. Es gibt viele Netzwerke, wo du nachschlagen kannst. Was die derzeitige Studienlage ist, klar, wer bezahlt die Studien? Ich will jetzt auch keinen Aluhut aufsetzen oder so. Wer bezahlt die Studien? Wer die Musik bezahlt? Die Musik spiele ich, so auf die Art. Aber dann alles nachzuplappern, das ist total dämlich. Vor allem labern sie alle auch die gleiche Scheiße nach, ohne wirklich mal 10 Minuten Research irgendwo in ein Buch, im Internet, irgendeinen Artikel rein zu investieren und mal wirklich zu sagen, ey, funktioniert das überhaupt? Also ich muss sagen, das Influencer-Marketing funktioniert wunderbar. Man sieht es immer, ich wundere mich immer nicht schlecht. Also Leute, wirklich, ich meine, um Gottes Willen, man muss nicht Marketing studiert haben, um ein bisschen Werbung zu verstehen und Marketing zu verstehen. Ich meine, da gab es ja schon viel größere Skandale in den ganzen Jahren, auch ohne Social Media. Also wenn ich alleine an das Thema Cholesterin denke, ja, also wer das noch nicht weiß, ihr könnt es gerne auch nachlesen. Oder die Spinatlüge, wie viel Eisen im Spinat drin ist, dabei haben sie sich verrechnet. Also ich will jetzt kurz zu dem, also ich habe ein Buch gelesen, auf jeden Fall, also Literatur kann ich euch auch noch nachreichen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der Titel heißt, aber auf jeden Fall ist es auch nachweislich so, ihr könnt gucken, dass das Thema Cholesterin einfach eine Marketinglüge von den großen Playern der Lebensmittelindustrie war und dass extra Produkte, ich weiß nicht, ihr könnt euch bestimmt entsinnen, wie Bezel und weiß der Kuckuck, auf einmal sollte man kein Eigelb mehr essen und weiß der Kuckuck was und jeder musste plötzlich Cholesterinsenker nehmen, zu viel Fett im Blut, dann, aber das ist auch so schlimm, heute nachweislich, dass diese Cholesterinsenker einfach als Nebenwirkung haben, dass du im Alter Demenz haben kannst und wir haben das in der Familie, es ist einfach so. Ja, also wirklich, und das ist die größte, eine der größten Marketinglügen überhaupt, ja, also wenn ihr mal nach Frankreich rüber geht, dann seht ihr mal, welche Cholesterinwerte dort erlaubt sind, ja, also das könnt ihr alles nachgucken, aber de facto ist, auch solchen Dingen muss man doch lernen und ich meine, um Gottes Willen, wenn ihr ein Favorit an Influencer habt, es sei dem Influencer gegönnt, die sollen auch alle ihr Geld verdienen, natürlich, ich finde es auch gut, dass jeder da versucht, sein eigenes Business zu starten, zu machen und zu tun, sollen alle erfolgreich werden, ne, aber Fakt ist einfach, wenn ich was bei dem kaufe, weil ich denjenigen supporten will, das ist ja eine Sache, aber wenn ich Sachen da kaufe, weil ich einfach denke, wow, das sind jetzt die Mega-Beauty-Produkte und das ist keine Ahnung was, dann muss ich wirklich sagen, sorry, also, das ist einfach nicht der Fall, das ist wirklich nicht der Fall, weil ein kleiner Influencer, das mag sein, klar, wenn wir von ganz großen Influencern sprechen, die einfach schon Millionen, Milliarden schwer sind von mir aus, ist es vielleicht eine Sache, aber wirklich bei kleinen Influencern oder Start-ups, wie gesagt, die können gar nicht diese Qualität haben, wie sie anpreisen und ihr habt auch einfache Skills, um das zu sehen, wenn ihr ein Beauty-Produkt habt und dreht es um, der Inhaltsstoff, der an erster Stelle steht, ist der, der am meisten enthalten ist und wenn das Wasser ist, dann ist es in den meisten Fällen schon mal schlecht, also nicht schlecht, aber einfach unnötig, unnötig überteuert, wenn jemand wirbt mit einer, sage ich mal, Jojoba-Creme oder einem Fokus, weiß der Kuckuck oder von mir aus auch mit der Aloe-Creme und ihr dreht es um und da steht als erster Inhaltsstoff Wasser, dann wisst ihr schon und dann müsst ihr mal gucken, wo dieser Inhaltsstoff erwähnt ist, dann wisst ihr schon, wie viele Anteile da drin sind, deswegen wirklich Augen auf beim Eierkauf, lasst euch nicht verarschen, weil ganz ehrlich, die Produkte sind genauso teuer, also wenn ich jetzt mal so Shampoo, ich erinnere mich, es gab mal so eine Zeit lang diese Shampoos, die so gehypt wurden und diese Kur und Spülung, also so Haarprodukte, die wurden eine Zeit lang megamäßig gehypt, jeder Influencer hat das in die Kamera gehalten, letzten Endes waren diese Produkte genauso teuer wie beim Friseur, wenn ich mir da ein Shampoo von Bella von mir aus kaufe oder von weißer Geier Paul Mitchell und letzten Endes aber einfach Schrottinhalte und die Leute lassen sich verarschen und kaufen das Zeug, also das ist echt traurig. Das war auch, ich glaube letztes Jahr, dieser Marvin, Marvin von YouTube, macht echt ein paar starke Videos, da hat er auch seine eigene Marke rausgebracht, eine Creme aus dem Tiegel, eigenes Design, was weiß ich, hat das Ganze genannt Hydro Hype und hat ein paar Influencer anbekommen, die das beworben haben, wie geil die Creme ist und die haben vorab sinngemäß vorab Samples bekommen und die Leute müssen sich das kaufen, dabei war das einfach der letzte Rotz. So und das ist halt das Ding, was wird beworben? Also der hat das gemacht für eine Statistik oder für was? Um den Leuten aufzuzeigen, wie käuflich Influencer sind und was in den Produkten überhaupt wirklich so steckt. Weil neulich habe ich auch eine Werbung gesehen von irgendeinem Fitness-Influencer, der verkauft jetzt Seife, du hast kleine Pickelchen am Körper, dann nimm diese Seife. Also dabei müsste man das langsam wissen, die Haut ist ein riesengroßes Organ, eines unserer größten Organe, was wir haben und mittlerweile müsste auch jeder wissen, dass die Gesundheit, sei es von innen oder von außen, über den Darm anfängt, dass man da erstmal auch anfangen sollte. würde dir auch jeder vernünftige Dermatologe so empfehlen, anstatt jetzt anfangen, okay, Zinksalve und sowas bei Akne ist ja dies und ist ja das. Entzündungshemm, wie auch immer. Aber zu sagen, warum kann der das claimen? Warum kann der in seinem Werbespot sagen, du hast diese Pickelchen, dann benutzt du meine Seife, dann nehmen die weg. Ja, oder Leute, ich finde es auch immer so mega krass, dass wirklich jeder die teuersten Marken in die Kamera hält. Also gefühlt hat ja jede Influencerin auf YouTube, ihre, keine Ahnung, Louis Vuitton, Fenty, Dior, weiß der Geier, wie viele Taschen da jeder zu Hause hat und ich glaube gerade sind diese Adidas, wie heißen die? Zelle? Nee, die anderen Campus, ja so gehypt und dann haben sie dies und haben sie das. Alles schön und gut, aber letzten Endes, Leute, dann sehe ich die, wie sie dann wirklich die Produkte aus der Drogerie in die Kamera halten. Ich meine klar, wenn man das zum Vergleich und zum Test macht, alles schön und gut, aber sich dann wirklich, sage ich mal, die Eigenmarke vom DM an Duschgel auf die Haut zu schmieren, ist halt auch so eine Frage, ob das dann halt wirklich so hochwertig ist. Auf der einen Seite muss ich die Louis Umhängen haben und auf der anderen Seite kaufe ich das 99 Cent Duschgel und ich meine, die Haut ist das größte Organ, was wir haben und wir nehmen über die Haut einfach auch große Inhaltsstoffe, Chemikalien und sonst was auf. Wo ich mir dann denke, ey, Leute. Aber war das nicht auch bei irgendwelchen, bei dieser ganz teuren Koffermarke der Fall, wo es ja ein Influencer-Pärchen oder so stolz war, dass sie diesen riesen Koffer geholt haben, der eh viel zu überteuert ist. Viel zu überteuert. Ich glaube, diese Marke wurde von Louis Vuitton, von diesem Konzern übernommen, der dahinter steckt. Ja, früher war das gar nicht so teuer. Genau. Weil ich kenne tatsächlich jemand, der einen eigenen Kofferladen hat und der hat mir tatsächlich mal länger, also wir waren befreundet früher einfach mal, zusammen im Center gearbeitet und der hat mir mal erklärt, was der Unterschied zu dem Koffer ist. So, auf jeden Fall ist das Produkt, der jetzt jetzt wahrscheinlich besser geworden oder irgendeine Innovation auf dem Markt. Genau, wie die Birkenstocklatschen. Genau. Es muss nur oft in die Kamera gehalten werden und es muss nur oft genug gesagt werden, wie toll und wunderbar das ist und dann kannst du erst mal hier nochmal 100% Spanne draufschlagen. Alles gut. Louis soll sein Geld verdienen. Es ist ja gut, dass die da ihren Weg gefunden haben, einfach durch das Branding so viel Geld zu verdienen. Alles schön und gut. Nur die Frage ist halt, wenn ich halt diese teuren Sachen habe, wie gesagt, und dann haue ich mir halt den Kram rein, den Billigheimer Kram, da denke ich mir halt, boah. Und da war auch ein guter Quote, am Ende des Tages gewinnt immer nur die Firma und nicht du. Ja. Ich habe wieder ein Video gesehen, das war wirklich so. Und zwar Prinz Markus von Anhalt, der ehemalige Zuhälter oder nach wie vor, oder was weiß ich, was der war, oder mal, nee, der war Hauswirtschaftler, wie auch immer, im Rotlichtmilieu. Der verkauft jetzt alle seine Markenklamotten. Weil früher wollte er Leute beeindrucken, jetzt will er das halt eben nicht mehr. Jetzt ist es halt eben nur noch T-Shirt und Jeans, so auf die Art. Danke schön. Ich habe nichts dagegen. Ich habe auch Marken. Ich habe auch fast ausschließlich vielleicht Marken. Aber das hat sich aber schon geändert bei uns. Nee, also nee, das stimmt nicht. Also ich habe in der Textilbranche gearbeitet und ich habe schon immer wirklich Sachen mit Qualität gekauft. Das hat ja Marke nicht immer zwangsläufig mit Qualität was zu tun. Hast du ein 200-Euro-T-Shirt in deinem Schrank? Das ist jetzt auch Schwachsinn. Ich rede ja jetzt einfach von keine Ahnung, Marke, ja. Aber, also ich habe schon immer darauf geachtet, dass ich eine gute Qualität habe und in der Regel auch wirklich eine Marke. Aber es heißt nicht, dass eine Marke immer fett über der Brust stehen muss. Also bei den meisten teuren Sachen, also sagen wir jetzt mal Hugo Boss oder weiß der Kuckuck was oder auch Calvin Klein, gibt es ja auch die Sachen, wo einfach kein großes Branding drauf ist, ja. Also. Genau, das ist halt das Ding. Für wen kaufe ich den Kram? Will ich andere beeindrucken oder habe ich Klamotten zum Anziehen, damit ich nicht nackig auf die Straße gehe oder dass ich im Winter nicht unbedingt frieren muss. Mein gut, also ich muss ehrlich sagen, ist auch nicht so toll, wenn man da die China-Ware anhat. Die hat auch genug Chemikalien. Ja, und vor allem auch wieder frankwürdige Verarbeitung und wie sind die Herstellungsprozesse vor Ort? Und vor allem Allergien. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist. Also ich habe das wirklich, dass ich dann Unverträglichkeiten hatte irgendwann zum Thema Weichspüler. Aber auch, keine Ahnung, ich habe auch mal ein T-Shirt von den zwei großen Buchstaben gekauft, wo ich dann einfach mich das Jucken angefangen habe. Ist einfach so. Ja, also natürlich sind wir auch beeinflussbar. Das hat ja das Influencing hinter, im Namen ja selbst. Aber man sollte umso mehr, umso gleich, umso toller etwas immer dargestellt wird, auch mal vielleicht hinterfragen, was dahinter steckt. Ja, ich sage mal so, was ich halt ziemlich gut finde ist, ich kaufe zum Beispiel auch viel bei Kiki im Shop. Also ich glaube, wenn ich unten mal unsere Schränke aufmache, dann... Ja, lass die zu, die Schränke. Ja, dann ist da echt viel. Aber ich muss halt sagen, ich finde bei ihr halt gut, also erstens, die Qualität ist wirklich gut. Ja, die Qualität ist wirklich gut. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass andere Qualität schlechter ist. Also natürlich könnte ich das auch ohne Branding kaufen von bekannten Haushaltsmarken und die wären auch qualitativ gut. Aber ich finde halt bei ihr, dass die halt im Video, genauso wie die Sally auch, die im Video einfach nochmal anhand ihrer Backform oder weiß der Geier was erklären, wie man damit umgeht. Wie macht man die sauber? Wie viel Grad? Und was weiß ich? Benutzt man die? Und das finde ich dann halt nochmal schön, weil ich kaufe ein hochwertiges Produkt, wo ich aber auch weiß, wie ich damit umzugehen habe. Meiner Meinung nach. Ja, ja. Weil ganz ehrlich, ich habe auch andere teure Küchengeräte, da hat mir niemand erklärt, wie die zu funktionieren hat und was man da zu machen hat. Und da habe ich auch keinen Ansprechpartner, den ich jetzt fragen kann. Ist halt auch so eine Sache, ne? Ich meine, klar, ich kann jetzt auch nur die Kiki anrufen und fragen, aber man kann zumindestens mal ihr schreiben oder in die Kommentare schreiben. Gibt es ja auch Leute, die bei ihr beauftragt sind, das zu beantworten. Ajo, ajo. Eben hatte ich ja irgendwann hatte ich was auf die Zunge, jetzt habe ich sie wieder verschluckt. Ja, aber auf jeden Fall, genau, deswegen, wenn ihr, wenn ihr, wie gesagt, jede große Firma nutzt Social Media und da kann man auch echt gute Schnäppchen machen, man kann gute Rabatte bekommen, man kann bei Gewinnspielen mitmachen, aber guckt einfach, bitte prüft nochmal nach, guckt mal online, informiert euch mal selber über Inhaltsstoffe, guckt auch mal bei anderen und vor allem, ich würde immer empfehlen, kauft bei einer großen Firma, ne? Also ich meine, ich kann jetzt nur von uns sprechen, wir sind seit 46 Jahren heute auf den Tag am, also auf dem Markt, Weltmarktführer für alles zum Thema Aloe Vera. Bei uns gibt es eine 30-Tage-Rückgabegarantie, wenn man ein Produkt kauft, ja? Also mit einem patentierten Verfahren wird das alles gemacht. Ich habe das alles schon zehnmal erwähnt, ich will das jetzt hier auch nicht sagen, aber da hat man was für sein Geld. Also wirklich, lasst euch da nicht blenden von irgendwelchen Brands und das Ding ist halt, warum sind Networks, ja, also ihr könnt davon ausgehen, weil ich kann jetzt nicht von allen Networks reden, aber bei uns kann man davon ausgehen, was das Produkt kostet, ist als Inhaltsstoff in den Produkten, weil es gibt kein Marketing, es gibt kein, also es gibt in dem Sinne keine Werbung für diese Firma, außer die Werbung, die Vertriebspartner alle kostenlos machen. Es gibt keinen Star, der bezahlt wird, dass er forever in die Kamera hält. Es gibt, ja, es gibt keinen Aktionär, der ausgezahlt werden muss, weil es ein Familienunternehmen ist. Also dementsprechend könnt ihr davon ausgehen, was ihr für dieses Produkt bezahlt, ist auch an Inhaltsstoffen für das Produkt verwendet worden und für die Verpackung, dass die umweltfreundlich ist und dass die schonend zu dem Produkt ist. Und eben nicht wie bei Brands, wo man einfach nur den Namen bezahlt, aber einfach eine überteuerte Verpackung hat und ein minderwertiges Produkt drin. Man hat es ja auch oft schon gesehen, wenn das auf Neudeutsch exposed wurde, wo dann auf AliExpress und Alibaba und wie auch immer, wie sie alle heißen, die Konsorten, Mengen auf Berg gekauft wurden, keine Ahnung, 5.000 Pieces, hast du gesehen, die haben effektiv 1,50 gekostet, dann im eigenen deutschen Online-Store für 30 Euro verkauft und glaubt mir, wenn jetzt, wir haben ja auch, also diese kleinen Influencer, die für sich werben und schon einen guten Schnapp machen, die haben keine großartigen Produktionskosten. Die haben ja auch keine Lagerhaltungskosten großartig. Die haben ja auch kein Kamerateam, was hier stundenlang irgendwelche Takes macht auf A und B Rolle, was weiß ich nicht. Nein, die haben so eine hohe Marge, aber da denke ich mir, okay, die verkaufen jetzt hier billig Ware für 1,50 eigentlich, für den Preis, wie gehen die damit schlafen? Ja. Ich meine, wo in der Wertsteigerungskette, wo in dem ganzen Prozess ist die Wertsteigerung drin, dass du die so an den Kunden weitergeben musst? Ja, du hast für dein Marketing keinen Cent mehr bezahlt, außer, vielleicht hast du zwei Storys mehr gemacht, ja, und ein paar Views mehr, vielleicht hast du auch dir ein paar Follower kaufen müssen, aber de facto hast du doch so einen Plus gemacht, und im Endeffekt nur den Endkunden verarscht. Natürlich kann ich auch auf die großen Firmen hier gucken, ja, auf Supermarktketten, was ist verarbeitet, in den Lebensmitteln, ja, ist es processed food und sowas, ne? Ja, wobei ich sage mal so, die gekauften Follower bringen dir ja 0,0. Natürlich, ja, es ist aber eine effektive Ausgabe, ist auch egal, das gehört ja auch jetzt eigentlich gar nicht dazu, ne? Aber ist wirklich... Ja doch, aber es ist ja auch irgendwo ein Irrglaube, ne? Also Leute glauben ja, wenn da jemand stehen hat, also ich sage mal, Konsumenten glauben, wenn da steht, weiß der Geier, 100.000 Follower, weiß weiß ich wie viele Follower, ja, dass es jetzt mega geil ist, das hat manchmal gar nichts zu heißen. Im Endeffekt, auch wenn eine Firma einen Influencer aussucht, dann sucht er die nicht nach den Followern aus, sondern da gibt es andere Benchmarks, sage ich mal, die die nachweisen müssen. Wie lange wird von denen ein Video geschaut? Wie viel Reichweite haben die? Welche Zielgruppen bedienen die? Also dafür gibt es ja Storyviews, da gibt es ja richtig wie viele Kommentare, wie viel Interaktion, also da gibt es ja richtig viele Auswertungen, die diese Influencer nachweisen müssen, dass die überhaupt ausgesucht werden für Firmen zu werben. Und es ist nicht die Followeranzahl, die da ausvergeben ist. Ja, natürlich gibt es auch die Fälle, du kannst ja alles fälschen. Du kannst ja damals Twitter, heute X, ja, die ganzen Postings kannst du fälschen, du kannst deinen eigenen Storyview kannst du fälschen, gibt es ja schöne Templates, die du benutzen kannst, mal kurz drüber gebügelt. Du kannst es nur live vor Ort checken, anders geht es nicht, aber wenn du aus dem Briefing herauskommst und du willst ein Portfolio von einem Influencer, der schickt dir erstmal, keine Ahnung, wie ehrlich dann die Seele ist. Aber man sieht es ja auch, ein Lieblingstool von mir ist Social Blade, ja, wo man mal nachschauen kann, wie der Zuschauer oder Abonnenten zuwachs war, Follower zuwachs war. Da siehst du halt eben doch schon die, auch in Relation, in Korrelation, auch zu den Likes, ja, was ist für ein Engagement auf dem Posting, Kommentare, es muss nicht immer großartig was los sein, nicht jedes Thema ist bewegend, manchmal ist es auch nur Produktposting, da ist generell eh weniger los, aber du siehst dann halt durchaus, was ist real, was ist fake. Ja, da muss man auch dazu sagen, dass alle Plattformen ja ihre Kriterien für Reichweiten stets und ständig ändern, also das heißt, du musst schon am Ball bleiben, um rauszufinden, welcher Hashtag sieht gerade, welche Musik, welches Voice-Over, welche Länge von einem Reel, eher ein Bild, wieso muss es geschnitten sein, also es sind wirklich super viele Kriterien, die da ausschlaggebend sind und glaubt mir, es gibt Videos von uns, die haben hunderttausend Views, wo ich denke, hä, warum? Ja, warum? Ja, also ganz ehrlich, es gibt random ein Video, also oftmals Corgi, klar, Hund immer süß, Hund geht immer, ne? ein Video, wirklich nichts, da schlackert der Dommer immer so, weil er ist ja eigentlich so unser Creator, würde ich sagen, also er schneidet ja, ein Creator ist ja nicht nur das, sorry, das ist ja ein Wort voll, Creator ist ja nicht nur das, was ich jetzt hier reinblubber oder was ich zusammenschneide, ein Creator ist für meine Begriffe auch, alles was dahinter passiert, dass du schon dir Gedanken machst, was du machen willst, wie du es machen willst, was der Inhalt sein soll, was der rote Faden ist und was du transportieren willst, das ist schon ein Creator meiner Meinung nach. aber ich sag mal, du bist ja der, der die Filme schneidet, der guckt, dass die Stimmen passen, der Ton passt, die Farbe und was weiß ich, also das ist ja mir alles viel zu hohe Kunst, ich bin ja der, der klatscht die Sachen hin, da denkt der Dommer sich immer, aus dem Copywriting gibt es ja diese Farben, spezielle Farben, die du nutzen sollst eigentlich, aber egal, erzähl weiter. Ja, egal, aber ich bin halt der, wo halt einfach den Content raushaut und letzten Endes gibt es wirklich Sachen, wo du denkst, wow, das ist so geil geschnitten mit so einem geilen Sound und das muss einfach catchen und dann hast du da drauf einfach, weiß ich nicht, 500 Views oder so oder 300 oder was weiß ich, noch weniger und dann gibt es Sachen, die, wie gesagt, die habe ich dann einfach mal so hingeklatscht und die haben dann plötzlich 70.000 Aufrufe, ne? Aber genau, aber ich denke, das ist auch wiederum authentisch, ne? Ja, das ist es halt. Wir sind jetzt irgendeine Marke, irgendeine Brand, wir sind kein Audi, wir sind kein Porsche, wir sind irgendwas. Da folge ich auch dem Peter, hier Daniel Peter Media, der hat beim JP geschafft, hat sich jetzt selbstständig gemacht mit dem eigenen Marketing und dem Videoschnitt, bla bla bla. Der macht so geile Videos, also richtig, auch mit After Effects bearbeitet, dann denke ich mir aber, was will ich hier transportieren mit euch oder was will ich euch mit einem Weekly Vlog, da brauche ich keine Effekte reinmachen, da brauche ich kein, da kann ja auch so geil, dann schneidet er die Felgen aus oder die Reifen, die Autoreifen und dann ist es im Zoom-Effekt schon im nächsten Schnitt drin, also auf der nächsten Optik, also richtig geil geschnitten, auch hin und her und Kamerafahrten, beschleunigt, verlangsamt, aber das brauche ich ja nicht. Aber das ist ja das Authentische, was bei dir halt eben der Fall ist, du machst es locker aus der Hüfte, freie Schnauze, machst dein Voice-Over, so wie es halt eben gefallen ist, wie der Apfel vom Baum gefallen ist, so fertig einfach. Ich denke halt einfach, die Menschen haben genug Fake und die Menschen wollen einfach real life sehen. Also ich denke, diese ganze, ich weiß es nicht, Seiten mit eine Million Selfies drauf, wo ich das Duckface habe und nochmal Hu-Ha-Hu mache, also von denen gibt es mehr als genug und ich glaube, das will einfach keiner sehen, weil der Autonormalverbraucher ist so einfach nett und das Schlimme ist, die Leute sind ja so auch nett. Die haben eine Million Filter drauf, stellen sich da vorteilshaft hin, dass sie halt super schlank aussehen und super gut und wenn du die wirklich triffst, dann kriegst du erst mal einen Schock, weil die gar nicht erkennst du auf die Art. Ich denke mir halt, davon haben wir einfach genug und wie man es auch sieht, das was real life ist, es funktioniert einfach. Ja, natürlich habe ich jetzt auch hier einen mega fetten Pickel, nervt mich auch. Ich habe eigentlich nie unreine Haut. Hätte ja jetzt auch hier Make-up drüber machen können, aber ob das glaubt oder nicht, in meinem Haushalt gibt es gar kein Make-up. Ich habe noch nie Make-up besessen, weil, keine Ahnung, ich das einfach nicht mag, weil die Haut nicht atmen kann. Ich brauche es auch eigentlich nicht. Ich habe ja generell ein Tein. Ich habe Sommersprossen, ich muss mir die auch nicht malen. Ich habe da viele. Jetzt habe ich halt mal einen Pickel. Seht ihr halt. Aber wahrscheinlich haben die meisten Leute noch mehr Pickel wie ich und ich denke mir einfach, für was? Natürlich gucke ich mir dann auch den Podcast an und denke, Alter, wie siehst du wieder aus? Hätte ich nicht noch einmal können, dein Haar kämmen und dein Face machen und am besten 30 Kilo abnehmen. Aber ey, ganz ehrlich, wir sind so, wie wir sind und ich denke, das ist auch das, was uns ausschlaggebend macht und das ist auch das, was unsere Follower lieben und auch da, wo uns die Leute Vertrauen schenken und auch wir machen das Ganze hier ja nicht, um die Welt zu belustigen. Genau das macht für mich halt eben auch Social Media, auch meine Begriffe aus, dass du der Max Mustermann um die Ecke bist, dass du dich mit dem identifizieren kannst, dass du nicht unbedingt jetzt wegen deiner Steuer in die Emirate fliegst und dort deinen dauerhaften Wohnsitz verlegst und hier auswanderst und was weiß ich nicht und jetzt sonst, guck mal, da muss ich auch gucken, so ein Julian Bam, wie der groß geworden ist auf YouTube, der ist ja auch schon quasi von Anfang an mit dabei, was für eine geile Produktion der mittlerweile hat, aber der hat, also früher hat er richtig viel Output gehabt, mittlerweile jetzt hat er diese Weihnachtsgeschichte gehabt und was weiß ich nicht noch, der hat jetzt nur noch ganz, ganz wenig Output, aber dafür qualitativ hochwertig, weil das die Leute jetzt mittlerweile so haben möchten. Das ist ja das eine Ding. Aber ganz klar, was willst du transportieren? Natürlich könntest du in deiner Nische, ich gucke ja auch viel Reviews über Technik-Gadgets und sowas, da gibt es den Alexi Beksi, den I Know Review, Felix Barr, wie sie alle heißen, die machen affengeile Review-Videos und ich denke, das macht auch wieder den Unterschied. Klar könnte ich jetzt eine Kamera hier positionieren, von oben was abfilmen. Naja, ich sage mal so, man wächst ja auch in seine Aufgaben rein, wir sind ja jetzt hier auch nicht, sage ich mal, die Profis, sondern wir sind in den Jahren mit Erfahrungen einfach gewachsen, informieren uns einfach viel, machen einfach viel, try and error, ganz einfach, also wirklich ausprobieren, auf die Schnauze fallen und was Neues ausprobieren. Ja, so ist es einfach und ich denke, das ist halt wirklich real life und Fakt ist ja auch der, das erzählt ja auch jeder, der was zum Thema, jeder Coach, den es ja so viele draußen gibt, die was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung machen, sagen wir ja auch, Perfektionismus ist einfach ein Verstecken, um aus der Komfortzone rauszukommen, es ist nichts anderes. Wenn dir jemand erzählt, nee, also ich bin so perfektionistisch, das Bild, das muss wirklich so perfekt sein, da muss das richtige Licht sein, ich muss das perfekte Outfit haben, die perfekten Nägel, die perfekten Haare, die perfekten Diss, da muss der perfekte Text stehen, da darf kein Kommafehler drin sein. Also wenn du solche Sachen hast, dann ist es einfach, dass diese Person kein Selbstbewusstsein hat und sich hinter dem Namen Perfektionismus versteckt, aber eigentlich hat sie einfach Angst, um aus ihrer Komfortzone rauszukommen, weil es könnte ja auch sein, dass ich etwas poste, was eben nicht so gut ankommt, nicht so viele Likes hat, nicht so viele Beiträge oder sonst was und bevor ich mich dann in Anführungszeichen blamiere, lasse ich es lieber. Also Perfektionismus ist einfach nur Angst, wenn man es so nimmt und verstecken in der Komfortzone. Also das wird dir auch jeder wirklich Persönlichkeitsentwicklungscoach erzählen. Perfekt Imperfections. Aber natürlich hast du da auf der einen Seite recht. Ich sage mal, was dagegen spricht ist, wenn du jetzt voll die Überzeugung hast über ein neues Produkt oder davon bist du richtig fasziniert und du willst das auch richtig transportieren und du willst das nicht einfach nur hinklatschen, sondern du willst dir halt eben Mühe geben. Früher im Kunstunterricht hast du ja nicht einfach irgendwas hingemalt. Du wolltest ja schon für dich so perfekt wie möglich das machen, dass es dir selbst gefällt, dass es dir selbst gut genug ist irgendwo. Das ist halt ein schmaler Grad, wenn ich sage, okay, nur noch für den Output mache ich was und klatschst da hin. Aber ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du oder ist egal, wenn jemand von etwas so sehr begeistert ist, dann braucht er gar nichts. Dann setzt er sich da hin mit seinem Pickel im Gesicht und erzählt einfach mit Begeisterung von der Erfahrung und von dem Produkt und du wirst es ihm abkaufen, weil es real ist, weil derjenige Emotionen mitbringt, weil der eine Geschichte dazu erzählt, weil der eine Erfahrung mitbringt, weil du diese Person einfach magst und authentisch findest. Da brauchst du kein tolles Bild mit toller Belichtung. Wenn es von Herzen kommt. Wenn ich es halt mache, dass ich halt gemacht habe, weil ich dafür bezahlt werde, dann muss es perfekt sein, weil dann kann ich diese Emotionen ja gar nicht mitbringen. Ja, vielleicht sind wir da auch schon wieder im Thema, wenn es um Videoschnitt, um Filme geht, bei Indie, B-Movies, bei Hollywood-Produktionen, bei was weiß ich nicht. Aber ich finde, es hat alles sein Für und Wider, wie du etwas transportierst. Natürlich hat, manch anderer hat halt einen ästhetischen Anspruch, ich sage ja jetzt auch nicht, dass man gar keinen ästhetischen Anspruch haben sollte, aber Fakt ist, fang halt mal an. Immer dieses Verstecken hinter, es muss erst das passen, es muss dies passen und das muss sein und das muss sein und dann fange ich an. Dann verstecken sich, ich meine, das Ding ist, das eine ist ja, was du nach außen sagst, aber alles, was du nach außen sagst, sagst du ja auch zu dir und selber entschuldigt man das, dass man einfach perfektionistisch ist, aber hey, sei doch einfach mal ehrlich zu dir, geh in den Spiegel und sag, ich habe Schiss. Ich habe einfach Schiss, dass das, was ich abliefer, nicht gut genug ist und dass die Leute einfach das nicht so annehmen und ich habe Angst vor Ablehnung. Ich habe wieder, und da kommen wir wieder, ich habe wieder Angst vor dem Nein. Jeder hat immer Angst vor diesen vier Buchstaben. Also guck du einfach nur, was auf unserem YouTube-Channel los ist, klar, also mittlerweile ist man... Und nochmal, also wenn du zu anderen sagst, du bist perfektionistisch, ist ja okay, es muss sich ja auch keiner hier entblößen, ausziehen vor der ganzen Menge, ist doch in Ordnung, sag das so, aber sei du zu dir selber ehrlich, geh du vor den Spiegel und sag dir den wahren Grund und die wahre Ursache und nicht irgend so einen Quatsch. Ja, vor allem, weil die meisten einfach gar kein Skillset haben und zu sagen, dass die was perfekt hinbekommen. Und manche haben halt einfach auch keinen Bock, auf die, wie soll ich sagen, die glattgebügelten. Nein, manche haben keinen Bock auf Social Media, weil sie einfach keinen Bock haben, durch diesen Leidensweg zu gehen oder durch diese Erfahrung zu gehen, weil es wird halt nicht immer alles gut ankommen, was du machst und du hast halt nicht gleich, was weiß ich, 100.000 Likes und 50.000 Kommentare und eine Million Follower. Das baut sich alles langsam auf und ihr könnt es ja, ob bei YouTube oder egal bei welchen, Leuten verfolgen, wie die sich von entwickelt haben. Also auch bei uns könnt ihr das ja verfolgen, wie wir uns Ich muss jetzt gerade mal sagen, ganz kurz an welchen in den Jahren entwickelt haben. Shoutout an die 249, vorhin waren es noch 250 Abonnenten, Abonnentinnen auf unserem Channel. Ja. Ich sehe ja die Aufrufzahlen, ich sehe die Wiedergabezeit. Also wenn wir schon da dabei sind, dann kann ich auch nachpacken. Ja, pack mal aus. Dann kann ich sagen, Achtung, sind wieder welche dazugekommen. Dann kann ich sagen, danke an die 961 Follower bei TikTok, obwohl ich das Account erst vor vier Wochen oder so, sieht man das irgendwo, weil man das gegründet hat? Dein erstes Posting, also dein erstes Posting war auch, wo du den Kanal gestartet hast, oder? Ich poste ja ziemlich viel. Bin ja fleißig. Genau was ich sagen wollte. Wir sind echt lange rumgedümpelt bei 20, 30, 40, noch nicht mal, ich sage mal so, aus dem eigenen Dunstkreis, noch nicht mal da, hat jeder ein Abo abgeschlossen, obwohl das eigentlich nichts kostet. Viele waren schon eingeloggt mit ihrem Handy auf YouTube und haben einfach nicht, wie dem auch sei. Aber ich sehe auch, was da an Interaktion ist. Ich sehe auch, was in den Kommentaren los ist. Ich sehe auch, das Internet ist manchmal echt dreckig. Machen wir uns nichts vor. Also manche Kommentare, ich habe einen strengen Filter gesetzt, weil ich oder wir haben uns gesagt, es ist unser Kanal, wir machen ja das, was hier passiert, wir filmen das, wir laden das hoch, wir quatschen hier in die Kamera, wie auch immer. Aber in der Kommentarsektion lassen wir nur das zu, also nicht nur, was uns gefällt, sondern was halt auch zweckdienlich ist, was auch zum Thema eventuell passt, zum Video passt, wie auch immer. Man muss sich halt eben auch nicht beleidigen lassen. all diese ganze negative Scheiße, raus vom Kanal, fertig und gut ist. Ja, klar, die Welt ist kein happy place, natürlich nicht. Es riecht hier nicht überall nach Rosewasser oder wie auch immer, weil es fungelt ja auch nicht immer oder erscheint die Sonne aus dem Arsch. Ja, aber auf unserem Kanal können wir das zum Glück selber steuern, soweit wir es steuern können und auch an der Stelle nochmal, ich habe es eben schon gesagt, 250, 249 Leute haben sich dazu entschieden, sich den Kram anzuhören. Also, ich habe den Account am 5.3.24 zwar gegründet, aber ich habe am 3. am 22.3. 3. erst angefangen, zu arbeiten auf dem Kanal. Also, sagen wir mal, fast in 10 Tagen, 9 Tagen, 2 Monate. Genau, und ich sage mal so, für diese 2 Monate und auch hier nochmal gesehen, diese 961 Follower und 4.704 Likes, Dankeschön. Natürlich, kann man das sagen. Ja, Dankeschön an der Stelle. Aber, ich möchte auch mal jetzt positiv erwähnen, unseren Harrison. Den Kanal gibt es jetzt noch nicht mal ein Jahr. Also, ich glaube, einjähriges ist, ich glaube, ich habe den Kanal im Juni erst gemacht oder so. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich muss auch dazu sagen, wir sind keine Influencer. Wir haben diese Kanäle, um einfach, sage ich mal, zu arbeiten in unserem Vertrieb. Also, einfach um unsere Vertriebsstruktur auszubauen und um uns Produkte an den Mann zu bringen, aber nicht, um die zu verkaufen, sondern einfach, das sind wirklich so hochwertige Produkte, dass es ein, das wäre ein Verbrechen, wenn wir das nicht den Leuten mitteilen würden und anbieten wollen. Wer das kauft, ist es jedem selbst überlassen, aber die Produkte sind einfach das Beste, was man kriegen kann und die haben unsere Lebensqualität und von so vielen Milliarden Menschen Lebensqualität verbessert, dass wir uns vorgenommen haben, wir müssen es in die Welt tragen, weil es einfach, es gibt kein besseres Geschäft, wo man finanziell frei und unabhängig sein kann und es gibt auch keine besseren Produkte und das leben wir einfach. Das ist der generelle Hintergrund, warum wir hier sind. Aber natürlich wollen wir euch auch mitnehmen auf unserer Reise und auch einfach, dass ihr uns kennenlernt und wisst, dass wir ehrliche, loyale Menschen sind und dass wir auch professionell sind, also nicht nur studiert, sondern auch Berufserfahrung mitbringen, dass man mit uns einfach professionell arbeiten kann. Genau, aber zum Harrison. Also, der Harrison hat jetzt 1014 Follower. Und dafür auch Dankeschön. Wie gesagt, das Account ist noch nicht ein Jahr alt. Ich war fleißig dran, aber wie gesagt, ich hatte jetzt auch nicht den Fokus zu sagen, ich muss das jetzt super schnell ausbauen. Er wurde ja auch nicht beworben, der Kanal. Nein, überhaupt nicht. in die Hand genommen hast, du hast gesagt, jetzt machen wir mal eine Ads-Kampagne. Nein, das ist einfach ein Kanal für unseren Kleinen, wollen wir es einfach mal so nennen. Und nichtsdestotrotz, er hat wirklich tolle Resonanz, er hat schon tolle Freundschaften da geschlossen. Und er hat eine Kooperation mit Aufklebern. Ja, auch das hat er. Ja, kriegt man zwar kein Geld für, aber trotzdem. Aber er hat ein Reel, das einfach 129.000 Aufrufe hat. Und jetzt haltet euch fest, eine Viewzeit von 200 Stunden. Das ist schon nicht schlecht. Und ich glaube, das ist wirklich nicht von schlechten Eltern für so ein Short Reel. Ich kann gerade mal gucken, das Reel. Ich glaube, 24 Sekunden geht. Das kann man sagen. Geht. Moment. Da sehe ich das, wie lange das geht. Kannst du auch bis zum Ende spulen, dann siehst du es, glaube ich. Das Reel geht 26 Sekunden und hat eine Watchtime von 200 Stunden, Leute. Das muss man erst mal schaffen. Ja, natürlich kann jemand kommen und sagen, ey komm, das sind ja Rookie Numbers. Ich finde nicht. Ja, das haben sich. Und ich habe, also er hat auch ein Video zum Beispiel, also er hat mehrere, aber jetzt kürzlich, sage ich mal, mit den meisten ist bei 69.400 Aufrufen, 300, 3.140 Likes, 45 Mal geteilt und für den kleinen Harrison, wie gesagt, für einen Account, auf dem wir nicht professionell Werbung bezahlt haben und sonst was, ist das wirklich, kann man stolz sein auf die Zahlen. Sollen wir langsam zu einem Fazit, zu einem Schluss kommen oder hast du noch was auf der Seele? Ja, also ich glaube, man kann über das Thema Social Media ewig lang reden, aber im Endeffekt ging es einfach nur darum, zu erklären, warum Leute auf Social Media sind und was einfach der Hintergrund ist. Und ja, wie der Dommer auch sagt, seid einfach nett, weil ganz ehrlich, wenn nett wird das Kommentar einfach gelöscht, weil meine Philosophie ist, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann halt einfach den Mund und manche Kommentare sind wirklich so unnötig. Ja, richtig unnötig. Letztens gab es einen Kommentar wegen Harrisons, also ich habe ein Video gemacht, wo Harrison Hundeeis isst und dann gab es einen Kommentar, wer putzt ihm die Zähne und tatsächlich und weil in das Smiley. Tatsächlich putzen wir dem Hund mindestens alle zwei Tage die Zähne mit der weltbesten Zahncreme der Welt, abgesegnet von unserem Tierarzt. Ohne Fluorid? Ohne Fluorid natürlich und außerdem zur Info, in Hundeeis ist halt kein Zucker und das sind halt so unnötige Kommentare, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, das ist so ein süßer Hund und er hat so süß sein Eis geleckt, wenn du nicht einfach ein Herzchen und ein Smiley hast und schreiben kannst, ach Gott, bist du ein süßer, adorable Dog oder Corki, dann weiß ich nicht, wenn das Einzige, was dich daran interessiert ist, ob da Zucker am Eis ist, ist das für mich einfach Quatsch. Da hätten wir jetzt nichts zu reden. Aber hey, danke für das Kommentar, weil auch das bringt uns natürlich Reichweite. Genau. Egal in welcher Richtung. Ja. Ja, also immer Augen auf, was ja auch Social Media konsumiert, wenn ihr unterstützt, unterstützt uns gerne mit einem Like, mit einem Abo, mit einem Kommentar. Und an alle, die sich auf Social Media was aufbauen möchten, ich meine, die, die nicht wissen wie, die können sich gerne bei uns melden. Wir zeigen euch eine tolle Möglichkeit, wie ihr das könnt. Aber alle, die gerade dran sind, egal, ihren Traum zu verwirklichen und einfach mit Social Media sich was aufbauen möchten, habt Geduld, bleibt dran und ärgert euch nicht darüber, dass die Leute in eurem nahen Umfeld oder auch in eurem weiteren Umfeld kein Support geben werden, dass die nicht kommentieren werden, dass die nicht liken werden, dass die auch vielleicht nicht folgen werden. Aber alles gucken, was sieht es immer an der Watchtime, ärgert euch darüber nicht. Das sind nicht die Leute, die ihr braucht und das ist auch überhaupt nicht wichtig, weil es gibt eine Milliarde Menschen da draußen und die Zahlen, die wir euch gerade gesagt haben, sind auch keine Zahlen, die jetzt von Leuten kommen. Also ich will jetzt sagen, nicht nur. Natürlich gibt es Leute, die uns folgen und supporten, um Gottes Willen, das wäre jetzt auch unfair, das so zu sagen. Aber ich sage mal so, zu 80% kommen diese Zahlen von Leuten, die uns nicht kennen, die uns im Real Life nicht kennen und die uns einfach so mögen, weil sie uns im Internet kennengelernt haben und lieben gelernt haben. Noch kurz eine Zahl, eine Zahl für heute Abend. 93% unserer User und Watcher, also die sich den Content auf YouTube geben, haben nicht abonniert. Ja. 93%? Nee, warte mal. Nee, ne 383, glaube ich. So rum. Abo dalassen, das kostet nichts. Also die, ich meine, um Gottes Willen, manche wissen es auch einfach, die haben einfach auch kein YouTube-Account, auch das gibt es in unserem Freundeskreis sehr, sehr oft. Die haben, die sind alle eingeloggt. Oder, ja, oder die wissen nicht, dass sie einen Account haben, was weiß ich, setzen sich halt nicht damit auseinander. Ich will jetzt nicht hier jeden über einen Kamm scheren. Ich will, es ist uns auch ehrlich gesagt, da laden und bumms, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will es einfach nur rausgeben an die Leute, die dann vielleicht frustriert sind und vielleicht auch wegen solchen Leuten aufhören. Das ist die Sache nicht wert. Ganz ehrlich. Spätestens, wenn ihr die Millionen auf dem Konto habt, stehen sie eh Schlange und erzählen, wie lange sie euch schon kennen. Genau. Das war schon immer ein Guter. Also in diesem Sinne, nochmal, schaut, was ihr konsumiert, schaut, was ihr supportet. Supportet nochmal uns ganz gerne auf unserer Reise mit euch, gemeinsam natürlich. Und auch nochmal, würde ich euch dazu anhalten, euch darum bitten, wenn ihr Themenvorschläge habt, was ihr hier gerne mal hören wollt, was wir hier mal diskutieren sollten, lasst es uns wissen in den Kommentaren oder je nachdem, wo ihr das Ganze gesehen habt. Lasst Feedback gerne da, ob positiv oder negativ. Negativ wird eh gelöscht. Bis dahin. Bis, ich glaube, Donnerstag kommt die nächste Ausgabe. Bleibt uns gesund, stabil, bleibt so wie ihr seid. Nein, das ist ein schlechter Wunsch. Ich hoffe, ihr verbessert euch auf irgendeine Art und Weise. Trinkt Tee. Trinkt Tee. Am besten Aloe Blossom. Ciao. Ciao.